Nur kurz ein Verweis auf den Logikfehler. Natürlich ist das Blasphemieverbot ein barbarischer Überrest aus dem tiefsten Mittelalter und natürlich existiert dieses Gesetz nur, um vor den Pfaffen zu kriechen. Offiziell geht es bei diesem Gesetz aber um den Religionsfrieden, der ja Teil des öffentlichen Friedens ist. Liebe Huren der Fürsten, seht ihr den Logikfehler nicht? Wenn man den öffentlichen Frieden bewahren will, wäre es dann denn nicht angebracht, jene zu verfolgen, die unfriedlich sind? Mal ganz abgesehen davon, dass öffentlicher Friede nicht per se etwas Wünschenswertes ist. Nordkorea hat sehr viel öffentlichen Frieden. Zu viel öffentlicher Friede ist ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Danke für deine Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017